Da stehen wir nun, haben einen Würfel, haben wieder mächtige Gegner besiegt, stehen vor einem mysteriösen Eingang und wollen doch jetzt mal unseren, äh, wen suchen wir jetzt, der, der quasi die Fähigkeiten der Karten ausgibt? Ich hab vergessen, wie er heißt, äh, wie heißt denn der? Der Regelmeister, genau. Der Regelmeister, oh, da ist er doch schon, oder? Hallo, Herr Regelmeister, oder nicht? Ach ne, ist er nicht, wir fahren nochmal. Na, geht das wieder gut los? Au. Die Akku-Palle, oder? Aua, springst. Ja, genau, wie viel denn noch? Ist aber mal Schluss hier. Ich könnte Heilung gebrauchen. Oder das. Saven, saven, saven. Das nehmen wir. Und das nehmen wir. Ja, ja, ja. Lass mich doch mal kurz vorbei. Laufen nicht jetzt alle darüber? Ja, fast alle. So können wir es auch machen. Alter, ist ja gut, ey. Als ob. Auf ein neues. Die machen uns nicht alle. Die machen uns nicht alle. Ja, 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 ja. Jetzt klicken wir hier erst mal die Tür. Machen wir erst mal den weg. Wir laufen schon mal da nach. Und dann würde ich, ähm, das hier mal dahin legen. Und die, äh, saven. Ja, 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 ja. Ach Mist, ich wollte auf das Ding Naja gut 5 ist jetzt auch nicht weiter schlimm Ach das fand ich 4 Naja gut, ist auch nicht weiter wild Machen wir erstmal hier eine Bombenstimmung Ich kann auch ein bisschen Nahkampf machen So ist nicht Äh Nahkampf, Frennkampf meine ich natürlich So Nein, nein So Ein großes Feuerwerk Ich mache jetzt erstmal weg Na fühlst dich immer noch so stark alleine Der Gruppe, das könnt ihr In der Gruppe, da könnt ihr kämpfen Äh warum habe ich mein Zeug noch Kommt noch wer Kommt ihr jetzt her Au Als ob wir hier mehrere Kämpfer auf einmal haben Okay, warte mal Ähm Das nehmen wir mit Das safen wir Jetzt gibt es nochmal einen auf dem Deckel Aua Das ist doch doof Okay, der ist weg Ich wüsste ob da noch was kommt Er hat auch nicht mehr viel Dann pass mal auf Wir machen das so Ähm Wir nehmen das hier Knüppeln den jetzt weg Ich würde die Dreierbombe gern behalten Ich gehe mal Risiko Äh was heißt Risiko Ich mache das weg Und benutze Und ähm Save mal die Dreierbombe Hä Wie kriege ich den klein Warum bringt Heilo Ja was kommt Heilo Okay Er lässt sich nicht so besiegen Mal sehen Ob wir ihm nicht Ähm Anders da rankommen Dann haue ich ihm so die Glöten weg Ganz ehrlich Machen wir jetzt nicht mal lang rum Viel Spaß Okay Es geht doch noch weiter Habt ihr sie nicht alle Moment mal kurz Okay Ihr wollt spielen Können wir machen Ähm Ne wisst ihr was Das machen wir so So viel Spaß Aua Aua Yo da ist sie. Na eins. Das ist die beste Zahl die du würfeln konntest. Genau die brauche ich. Sprengen wir sie nochmal in die Luft. Die safen wir. So ist es mal Feierabend? Nope. Oh. Kommt ihr wieder um die Ecke geschossen? Ihr Knusperritter. Ne 5. Alles klar. Okay was wir brauchen ist auf jeden Fall das. Sicherheitshalber Heilung. Dann würde ich sagen den Bogen. Hold hold. Das war's. Das waren die letzten. 300. Was machen wir denn mit der ganzen Kohle? Meine Güte. Da haben sie es aber echt nochmal gewollt. Mir nochmal alles entgegen geworfen. Alles was sie hatten. Aber. Chancenlos. Der Regelmeister. Der regelt jetzt alles. Da ist er doch. Das ist, das ist unmöglich. Sie können es ausführen. Okay. Wir lassen uns jeden Krieger und in einem Reifen, nur noch eine neue Regel. Und dann der erste Regel wird nur, dass sie mehr Regeln addieren können. Ja. Das ist Wahnsinn. Komm gleich. Ach Mist. Komm gleich. Regelnmeister. Du kannst das machen. Du bist das Beste. Erinnerst du? Das Beste. Du kannst das Unmögliche fünfmal vor dem Frühstück machen. Und dann die Königin fragt für sechs. Hi. Äh. Ich bin Even. 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 Yes. Every Even roll gets a plus one bonus against every odd roll. That'll... Wait, no. That just turns all Even rolls into odd rolls. Oh, never mind. Wait. Who are you? You're the one with the card, right? Even... something. The Alchemist told me you'd be coming. And I'm sorry even with the card, but I've simply got too much to do, to help you. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Sie helfen mir. Haha! Help me? Nobody can help me. The Queen insists that everything I do for her be done by me personally. No subcontracting allowed. Look at this. New layouts for her twisted arenas. Due ASAP, of course. New mechanics for the battles due last week, assigned yesterday. Five! Five! New robots with complimentary BattleBot attack structures? And you try telling the Queen, or her Bloody Nanny, or even those deadly three heads, that they ask for the impossible. Ha! I may be an ancient mystic trained in the art of crazy rules more than anyone else in all of history, but even I'm not a god. I've come to accept that now. But does she care? Tell me. Does she... Hmm. Ich vermute nicht, dass es die interessiert. Correct! She does not. Look. Your card has arrived in here somewhere, and I'll get to it when I can. Aber, 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 wie Sonja sagt, du kannst mir gleich helfen. Oh, you've seen him too? What's that bloody Cosmic Potato come up with this time? Let's take a look at your card. Oh, perfect. Just perfect! As if I didn't have enough insanity on my plate already. Ooh, but then I do love a challenge. So, what the heck. I'll do it. When I'm done, I'm going to send the card to the highest point in all of five Tropolis, the top of the giant chimney. ... ... ... ... You will be dead in minutes. You need the five of us card makers there with the card, if you want any chance of success. Up there. Me and the other card makers will imbue the card with all our creative spark. But the ceremony cannot be interrupted. Okay, das heißt, wir dürfen Welle um Welle zurückschlagen, bis die die Karte dann, ja, bezirzt haben. Es ist meine Traumkarte. Können sie sie extrem mächtig machen? Es ist meine Traumkarte. Sie macht also alles, was ich will, oder? Ich befürchte auch. Alles klärchen. Erreiche die Spitze. Ist doch noch ein Geheimver... Wie, da ist kein... Was? Was willst denn du? Wo bist du denn? Hallo? Will ich du nix mehr haben? Aber hab ich noch irgendwie... Keine Ahnung, was interessant ist. Hm. Ich hätte noch mal einmal drei, aber ich bin mit unserer Kombi eigentlich ganz zufrieden. Ja, als ob ich die nicht getroffen hab. Ah, da sind wir an der Wetterspitze. Oh, da hängen sie schon alle zusammen. Das wird ein harter Kampf. Even! Over here! Die Zeremonie beginnt! Es gibt andere, die kommen. Freunde. Viele andere. Hm. Bleib sie zurück. Du musst fokussieren. Childe! Seid uns! Aua! Was ist jetzt los? Ja, da ist sie. Was ist mit dir los? Hast du Bock oder was? Wir claimen auf jeden Fall mal die. Wir nehmen... Wir haben eine Sext gewürfen. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mal die Waffe hier. Wir nehmen auf jeden Fall das hier. Claimen die und claimen die. Gehen wir auf den nervigsten von allen. Und zwar der hier. Hier macht er schon, ne? Aua! Hier macht er schon, ne? Aua! Ich brauche unbedingt Heilung. Lass mich aber auch von jeden Furz gerade treffen. Okay, alles gut. Bleibt nichts über. Ganz wichtig Heilung. Dann nehmen wir mal die Bömbchen. Die claimen wir. Hier. Ja, natürlich! Ah, der ist nervig. Na, sind wir sauer? Na, sind wir sauer? Icy! Würfeln! Ähm... Ja... Wir verschenken halt einen Punkt, aber es nützt nichts. Wir müssen weiter angreifen. Okay. Gut, der nervigste ist weg. Gut, der nervigste ist weg. Ach, Geisie! Das hätte ein klein wenig besser sein können, aber hey, alles gut. Wir machen jetzt einfach, sicherheitshalber, machen wir das? Ne, machen wir nicht. Wir machen das. saufen die und saufen die und hauen dem noch mal schön einen hinten rein Aua, Aua Hallo Hallo Mal alles einsammeln Ach komm. Okay. Ganz wichtig Heilung. Wollen wir gar nicht diskutieren. Dann würde ich ähm achso. Machen wir es so. Na also. Oh nein. Der ist schon wieder. Ja. Das ist jetzt ein bisschen problematischer. Okay. Ja. 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 Ach da ist sie jetzt nicht zwei. Achso. Ja. Jetzt müssen wir uns ja wieder bewegen. Oh du alles Mist wie. Oh wie ich dich hasse. Kann dich nicht leiden wenn du diese Aktion machst. Ja genau. Mach doch ne 1. Nee darauf falle ich nicht nochmal rein. Na das hast du nix ne du blödes Obergespenst. Hat doch keiner gern. Gewinn. Jawoll. Da ist sie. Ne 4 ist gut. Okay was haben wir denn? Lass uns mal gucken. Ne 4. Es war das. Es war das. Es war das. Sau. Wow. Als ob da jetzt noch mehr von denen kommen. Und safen. Heilung. Safen. Und safen. So, du Nervenssäge Aua Und ich renne voll rein Einsammeln Was haben wir denn? Und ne Fünf Okay Ich hoffe der wird so nach Drüben gepresst Drüben Zehrer Hund! Zehrer Hund! Wir müssen doch noch den klein kriegen. Dann haben wir es doch geschafft. Da kann ich sie einsammeln. Eine, drei. Okay. Ja, das ist doch perfekt. Den Bogen, den hätte ich mir jetzt gewünscht. Nehmen wir auch. Ich nehme sicherheitshalber das und den Drang. Und den Drang. Und den Drang. Und den Drang. Auch. Nochmal 300 Münzen, okay? Das hat wohl nicht so gut geklappt, ne? Das ist mein Traum, du Puppet! Und ich bin nicht gefährlich, so take your baggage, get out! You will regret this, you will all regret this! Ich werde meine Dice, ich werde you! Die Worten, du bist nicht Dice, Your Majesty. Es ist Dice! Okay... Oh, Sextopia! Als ob! Haben wir jetzt eigentlich die Karte im Inventar? Dicke Fisch! Oh, zwei Handen... Okay, da ist sie schon mal nicht. Haben wir die da? Ist das jetzt eine Karte, mit der wir spielen können? Nee, oder? Ich gehe nochmal durch... Nee, sieht nicht so aus. Naja, schade. Aber... Wie es denn nun weitergeht, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge und vielleicht... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es die letzte Folge ist. Aber wir steuern jetzt schwer aufs Finale zu. Vor allen Dingen, das sieht aus wie so ein Pappschloss. Als ob das nicht echt ist. Oh, 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 oh. Was wird uns jetzt da erwarten? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann. Bis dann. Das war mir nicht mehr. Bis dann. Bis dann.